Tja und hier sind wieder diese zigtausend Krähen, wo keiner weiß, oh, 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 da oben ist er. Bitte, wat? Oh, oh, das geht nicht gut aus. Oder? Du hast die Gabe. Oh. Aha. Jetzt muss ich bloß einen Weg irgendwo hinfinden. Hier. Hier. Das ist gut. Und du? Ach, warte mal. Lass uns doch einfach mal hier lang gehen. So, gucken wir mal. Wie sie sehen, sehen sie nun einen Weg. Hä, 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 hä. Speak to me, Drew. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findan. The Northmen captured Findan's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Arran set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss, and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him, and took him to hell. Six years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findan made his escape. What was, Findan, burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth. The man that I am now. And though Findan never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish he could have seen my homie before these dark times. Mein Instinkt, mein Instinkt, mein Instinkt sagt mir, wir müssen nochmal dort dieses Portal um an diesen Baum hier hochzukommen. Na, siehste? Und ich hatte mal wieder recht. Knack bloß nicht zusammen. Oh, oh, wir sind im Rabennest. Ach du Scheiße. Hör auf. Fokus. Oh, oh. Es kommt zurück. Hinter der... Oh, oh. Oh, oh. Ich bin noch hier. Du auch? Wo sind wir? Ich bin noch hier. It didn't end well in the wilds It never does You think you can overcome the darkness Make sense of it And once Relief settles in Strikes out of nowhere Throwing you helplessly back into the maelstrom Drowning the mind And in fear Deeper Deeper Dragging you down so far into the void That maybe this time There is no coming back Help me But there In the darkness Senua She remembered what he told her Hear me Reach out to me Senua Take my iron mirror Look into it For it is a window into the underworld Within You will see the face of the darkness that you fear And if you focus Like I have taught you to You will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil It too Is trapped Within yours Focus 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 I see you I see you now You let me to the wilds You trapped me there That's what Oh fight Whoa Whoa What the fuck Du Drecksack Halt's Maul Wo muss ich denn hin Oh Scheiße Steh auf She's injured She won't make it Get out of the way Out of the way He's injured Sie sind überwältigend. Sie hat sich überwältigt. Sie wird sie verlieren. Da ist er aber drauf. Fuck you. Oh. Das kann doch nicht sein. Halt's Maul. Jetzt hat er mich erwischt. Komm, 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 komm. Und jetzt rein. Links, rechts, in die Nüsse, in die Fresse. Und weg mit dir. Weg, 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 weg. Ui, das war knapp. Und rein. Und links. Und rechts. Und rechts. Oh, oh. Und rechts. Ja. Junge, stirb, du dummes Dreckscher. Haha. Mensch. Nur weil du mir die Zeitung geklaut hast. Oh, jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich es wissen. Wo ist er? Und jetzt wird er links, rechts, rein und schack und... Äh, wo ist er denn hin? Oh, was los, he? Oh, lecker. Ich hab deinen Freund umgebracht. Komm her. Nicht mit mir. Oh, schack, 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 schack. Und du auch gleich, schack, schack. Ja, sofort. Halt's Maul. Ich hab Hausräume. Wo meinst du mir die Milzäulen... ...vor die Garage erstellt hast? Halt's Maul. Halt's Maul. Wo ist er? Das ist die Idee. Ich geh nur Junge, sag mal, wie viel wie viel hält der dann aus Riesel Riesel Steh auf, und gib Boah Walto für Walto The mark of Valraven One of the keys to the gate to Helheim Hold it in your mind's eye With every battle, the darkness grows stronger Every victory, bringing her closer to defeat Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds There were times when she considered Letting go If it weren't for Truth A chance encounter in the wilds She would not have heard his stories of the Northmen Das ist Wilbur And she would not have this chance to find Dillion's soul I'm coming I'm still here Ich will bei der Musik nicht so viel reden Das ist grad so episch I'm still here Shiloh Dillion Dillion Oh, oh! Wenn sie jünger war, sie lag in den Grasen und sah auf die Clouds. Und dann sie sie sehen. Elusive. Shifting faces. After a while, she could see the faces everywhere. The trees. The mountains. Caves. Eieiei. Nun ist eigentlich der Weg frei nach Helheim. Wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt muss man bloß gucken, wo war'n der Weg? Hier. Okay. I wonder. Can you see the faces too? Ever? If you look for them. Da ist ein Rabe. Jo. Hm. Aber wie schön der Effekt ist, wenn du ins Licht guckst. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt sieht in der Aufnahme. Das sieht schon cool aus. Oh. Senua. Mother. Senua, you have the sight. Just like I do. Once you can see into the underworld, the underworld and all the souls will in it will see you. Don't be afraid when they speak to you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. She was a priestess. A healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness. Yes. But when it did come. Hm. It first came for her mother. Senua still sees her face from time to time. Hidden in the world. Like she's still watching over. I miss her so much. Oh man. Dann werden wir mal wieder den Weg zurück gehen. Und ja, dann werde ich erstmal wieder die Aufnahme beenden. Beziehungsweise Folgencut machen. Jetzt habe ich mittlerweile wieder... Boah, zwei Stunden auf der Uhr. Ich könnte noch mehr aufnehmen, aber... Ich kriege gerade ein bisschen Hunger. Ja. So. Mit dem Marken von Valraven und dem Marken von Surt kannst du den Bruch über den Römer von Knöpfen nach Helheim. Ja. Und da würde ich sagen, jetzt machen wir einen Folgencut. Und... Was uns dann als nächstes erwartet, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe ihr seid wieder dabei bei Hellblade Senua's Sacrifice. Ja. 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 Ja.